er kriegt meine 72 90 noch einer noch einer noch oh mein gott digga warum war ich für mich peacekeeper gespielt 20 36 wusste überhaupt nicht wer das ist oh mein gott digga was habe ich den grad gegeben also dem ich spiele ich spiele seit season 1 apix gab es zwei waffen mit denen ich einfach nicht war oder das ist die peacekeeper und das ist die wingman der wingman habe ich mich irgendwann mal richtig geforscht hatte du musst mit der wingman jetzt gut sein dieses muss sitzen aber die peacekeeper habe ich immer habe ich immer außen vor gelassen ich habe zum beispiel immer über die arme hinein oder die k genommen aber jetzt hat mir leute auch die peacekeeper muss einfach beherrscht werden wir müssen damit einfach einige spiele spielen um wirklich besser zu werden mit der peacekeeper leute und wie das ganze aussieht es sind ein paar so krasse clips entstanden es ist unglaublich von daher würde mich mega von mir abonnieren würde es ist völlig kosten und das schützt mich der bock auf leistungs hat der link ist unten in der video beschreibung ich halte die schnauze viel spaß beim video jetzt nichts mehr das war der champion horizon horizon evi one stirbt nur nicht wo du recht hast wo waren die jetzt ich habe das nicht gefeilt ich habe gar keinen bock die mit der spitfire so zu verhalten ich bin einfach ich bin einfach auf seinen kopf gelangen ich habe ihm 70 gegeben aber ich stehe jetzt auch noch mal kurz rein ich stehe kurz rein ich mache mir ein führungsrein ich mache mir ein führungsrein und das 50 auch live line auch für das 50 ja 81 live line 81 38 hat nichts mehr achten ja da wo die cdp wo ist ja schön singt bitte müssen halt aufpassen wenn wir schießen nicht dass andere team hinter uns kommt das letzte ja da kommen sie rot 15 40 andere andere kein zeit aber das war jetzt nicht gerade das team oder was wir da gesehen haben ich glaube das war das andere da müssen die das da irgendwo sein ja oh ja 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 15 nichts mehr siehst du den 70 oh mein gott hat er nichts mehr mein blatt nicht aber bang 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 ist voll noch bang ist andere andere hier hier drin kannst du den blatt von kurz finischen ich kenne ja du machst das ne oh du machst das ne ah hat nichts mehr 30 30 ap wirklich er hat Axta geworfen Axta 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 der Welt hat Gold deswegen ja hab ich's gesehen danke dir 90 oh schönes ding wirklich hab neulichs Char gemacht sauber 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 na guck mal so muss es aussehen 81 knockt nice oh jo direkt rein ich hab Axta erstmal 2 naja 64 oh mein gott diese oh mein gott da kriegen wir richtig die Karma Schellen rein ne das ist klar ähm 28 einer ist blue ich push mal bisschen heran hinter den Wurzern grad gerätzt ne okay boah einer 120 120 ich bin hinter uns hinter uns hinter uns ja naja ich hab komplett hinter mir kassiert ich krieg echt so das Kotzen grade ey das kann nicht machen er ist halt hier da er ist voller Finish aber hinter mir ist halt ein neues Team ein komplett neues Team ja aber ich glaub die sehen mich nicht ne ne pushen sie nicht ne ne pushen sie nicht ich glaub ist der Ryzen ist die Ryzen der Pathy ne hier hinter hier hinter ja 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 boah ich hab gar keine Zeit hm hab hier schon ein bisschen was gegeben 60 es braked 14 nochmal oh ich hab hier nochmal 14 gegeben 40 19 auf allem oh mein Gott ich hab die beide gecrackt glaub ich war down brave down 25 hol du komm nicht da mach mal nichts mehr das ist direkt vor mir hier an der Tür die kannst du easy von hinten wegmelden easy oder doch 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 ist blau die Wraith? Wraith ist blau? Wraith ist blau? Wraith ist blau? 99 mit Maggi? 81? nein hat nichts mehr also wirklich wirklich one oh schön ja ist der Dead Slide alles gut hat gut kassiert kein Engel oh der Pet knockt 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 der andere ist dann links naja bisschen was kassiert ich hab keine Ahnung was der für ne Waffe hat zwei oh mein Goal let's gooo Rudy sorry nice Gibi 114 Bangalore 22 den Rest machst du einen knocked bang knocked achso und der Gibi hat 70 gefressen 70 dahinter und jetzt nochmal was ist gecrackt und hat also 10 AP 10 AP mach Mauskopp Mauskopp Mauskopp